This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Sieben Tage, zwölf Themen-Tracks, über 100 Sessions, mehr als 350 Speaker. Das sind die Rahmendaten der Medientage München 2020. Rein digital, aber abwechslungsreicher denn je. Und damit herzlich willkommen zum Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich werde Sie von 24. bis 30. Oktober an dieser Stelle ein wenig durch das Konferenzprogramm begleiten und Highlights präsentieren. Die Medientage für die Ohren sozusagen. Auch wenn wir uns nicht wie gewohnt in den Hallen der Messe München treffen können, war von vornherein eins klar. Die Medientage werden auf jeden Fall stattfinden. In den letzten Wochen und Monaten haben wir daher ein Digitalkonzept erarbeitet, eine Plattform aufgebaut, die Welt der Medientage sozusagen, und alles dafür getan, um ein tolles digitales Event auf die Beine zu stellen. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal an das ganze Team der Medientage und alle darüber hinaus, die an diesem Projekt beteiligt sind. This is Media Now. Das ist das Motto der Medientage München in diesem Jahr. Und die Medien sind vor allem eins, sie sind sehr komplex und verändern sich ständig in diesem Jahr, natürlich auch noch beschleunigt durch Corona. Neue Player, neue Plattformen, immer neue Ausspielwege, Podcasts, YouTube, TikTok. Mit all dem sehen sich klassische Medienanbieter konfrontiert und wir wollen in diesen sieben Tagen darüber sprechen, wie sich das Ganze auswirkt auf den Medienmarkt, welche Herausforderungen es gibt. Aber wir wollen natürlich auch über die Chancen sprechen, die darin liegen. Es erwartet Sie ein spannendes Programm, unter anderem mit Top-ModeratorInnen und SpeakerInnen wie Dunya Hayali, Nasan Ekes, Ronan Keating oder dem TikTok-Creator Falco Punch. Wir freuen uns aber vor allem natürlich auf Sie und haben daher Möglichkeiten zum Austausch geschaffen. Denn auch wenn wir uns nicht physisch über den Weg laufen können, sich auszutauschen und zu networken, das ist in diesen Zeiten vielleicht wichtiger denn je. Wir sind jedenfalls gespannt und freuen uns sehr auf die ersten digitalen Medientage München und hoffen, Sie sind dabei. Infos und Tickets gibt es unter medientage.de This is Media Now, der Podcast der Medientage München.